Bei Anti die SCAR 20, Alter. Die Autosnipe. Besser als dem eher, Alter. Anti, was war das, Mann? Ich wollte Colten und der hat mich getangert, Alter. Mein Shadowplay geht nicht, Mann. Oh, Jugo, Pitugo. Einer am Torner. Vor und links einer. Drang einer. BAS! Meta, Mann. Der macht MSR fix gut. Na jetzt halt doch einfach mal ruhig. Wieso bist du die ganze Zeit am Reden? Du bist die ganze Zeit am Reden. Oben rechts, oben rechts auf Kiste. Auf Kiste, Lukas. Der hätte es gesehen. Ja, aber trotzdem. Du hättest ihn von der Kiste holen können. Und los. this is a really cool nowadays. Du hättest ihn von der Kiste, und los. Das ist gut, ich bin arme. Das ist gut. Ja, mach dich Além. Du hättest dich. Bertheit zu machen. Ich. Entfernen. Ich. Tank! Sicher! Klassikman Tank! Das sollen wir pushen! Der tankt der wohl! Jetzt zwei Leute haben uns getankt dann! Ne ne, noch einer! Klassikman! Er hat keinen Assists bekommen! Ja, er hat ihn auch selber gekillt! Achso! Was soll er eigenen Assists bekommen oder was? Oh, er rusht pro kill! Ja, alle drei! Einer oben links und die anderen zwei... ...unten! Glaub ich! Jetzt rechner noch einen, also zwei! Jetzt schau ich den noch zitt! Einer zitt! Ich schau den noch ruhig! Enemy down! Lass dir Zeit! Lass dir Zeit! Oh mein Gott! Toilet noch mal! Alter, so... Geh hoch! Du stehst komplett offen! Wenn der rechts kommt, bestaunt! Der ist oben links! Ja der ist! Palace, Palace, Palace! Sitzt! Nein, der hast du nicht! Nein! Der läuft doch um an dir! Geh hoch! Rechts ist der! Das ist mit der Container! Alpha Team Wins! Ey, wie sah ich wieder so'n scheiß Leck, Alter! Oh mein Gott! Ey! Das ist ein Mann im Verein! mein Name war Philipp so jetzt komm mal kurz auf den Fuß ich kann doch nicht mal einer ist auch noch was brauchst du mal ne duo der hat low hp push den lass dich net snipen der hardscope ich geh von Base unten ich geh von Base, der hardscope da noch der hardscope immer noch wir stehen 10 Mark abgeben von uns jetzt jetzt hardscope der steht Lappenraum wird wegkern wahrscheinlich der Huren alter der ist wahrscheinlich wieder zurück der kann doch nicht so weit sein oder der schacht siehst du ihn ist das jemand? der ist weg nein der hardscope bravo team das ist alter alter wir gehen wir gehen auf den Ruf Hutscope sie zuerst, sie müssen nicht auf dem Ruf Runde starten Pulsier, Pulsier Pulsier Rutsch Rutsch Einat, Pulsier Die Hälfte! Die Hälfte! Das ist Ego Das ist Fugge-Tank Das ist Fugge-Tank Ja, Asen und Classic-Man Tank Klapplic-Man ist in der Zeit, ja Ja Komm, komm Meeres, wieder noch einer Der ist voran, der ist voran Nein, also, ja, nein Nice Das war gerade einer richtig offen Meeres ist eben Ja, Meeres ist doch eben bei einer, oder nicht? Guck mal richtig Ja, beide auf Dach bei denen Einer kann langer rushen Andi, rush mal langer So, Andi, ich schau bei dir weiter Einer ist jetzt weg, einer ist weg, Andi Beide weg, glaube ich Wo ist der andere? Ne, einer ist noch Container Den kannst du nicht holen, von da Du hast dann Du Enemy down Da, mal belockert Ich gehe Kaffee da Hallo Ja, übel Oh, mein Gott, das ist Ich glaub, der hätte mich geholfen Nice, Jugo, nice Push again, push, 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 push Wir rushen wieder Rough, rush Our roof, our roof, our roof Ja Enemy down Oben rechts, oben rechts Der letzte ist 1-Hit Der letzte ist 1-Hit, ich auch Der letzte ist 1-Hit 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 Der Schacht, der Schacht, Schacht, Schacht Der Schacht, Schacht, Schacht Egal, bleib weg, ich lad kurz alles nach Ich hab, wenn das gezählt hat, hab der noch 2... Ah ja, 15-Hit Ich hab dem mindestens 2 und 4 jetzt den Rücken gegeben Den müsst ihr geben, ist das letzte Runde? Weiß nicht Nein, ich glaub nicht Gleich viele kills Du hast die Platz Ja, aber... Achso Doch, aber... 7-3 Ist nicht so... Nächste Runde Das Game ist kacke Ja, das ist jetzt irgendwie logisch Das ist für mich Der schnittletzte Nene, ist das der letzte Runde, oder? Nein Okay Du kannst sagen, Mann, das ist... Katorz, 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 Mann Katorz, Katorz Ja Ich kenne Francois Okay, okay Ich kenne nur... Wenn du sterben, dann ist es nicht so Ja Ja, wir brauchen Runde, das ist besser Ja Wir können auf die Runde gehen Nice Und dann schießt du den Fuß... Ja, ja Und dann schießt du den Fuß und dann bist du tot, also Der müsste eigentlich echt 100-9 Aber wir beide auch Wie gesagt, wenn dir das gezählt wurde... Wie? Schacht Wie süß, Ante Runde Besser, wenn wir nächste Runde ein bisschen entgegenpushen, wenns geht Eigentlich kann man... Andy, was ist das für ne Waffe? Ha? Was ist das für ne Waffe? Max, es geht, Tango, 1,4 Wenn du dich hängglitscht auf die Kiste mit... Mit... Ah, ja, dann... Kannst du ihn eigentlich easy holen Ja, der ist hier vor dir Nein Achso, nein, aber... Der ist schaff Ich dachte, du meinst nächster, oder? Nein, wenn das... Ja, der ist schaff Aber wenn er dann die ganze Zeit rumhüpft und so... Es kommt zu, dass du nur auf nächste Runde... Es kommt... Es kommt zu, dass du nur auf nächste Runde... Es kommt... Es kommt zu, dass du nur auf nächste Runde... Es kommt nur darauf an, wer kommen muss nächste Runde... Es ist besser, wenn wir den Kill haben und Runde mehr... Ja, wir haben beide Lungen... Wenn, dann muss er kommen und senden... Ja, hätte ich keine A15 dabei... Aber die ist eigentlich gut, aber... Doch, gegen Max ist es schon... Und ich darf Ringe... Der ist wieder der Container, der macht die ganze Zeit... Alpha Team Wins Die Russen... Ja, was könnten wir jetzt machen... Bei denen auf Dach immer jemand... Ja... Ich hab'n Hit... Ich hab' 37... Der hat Headshot geschenkt... Wow... Der hat Headshot geschenkt... Wow... Ich hab'n Hit... Ich hab'n Hit... Der ist voll so... Ich hab'n Hit... Wir haben noch keinen... Wir haben noch keinen... Und ich sind... Wenn jetzt... Verrägt haben wir los... Alpha Team Wins... Digger, easy going, Mann... Nein... Hey... Du...